Game Freak, die kenn ich. Die haben irgendwas gemacht. Mir fällt nur nicht ein was. Und das hier hat mich sehr stark an Nino Kuni erinnert. Und dann hab ich gedacht, das fängt ja gut an. Scheint ja doch nicht so ein kleines Projekt zu sein. Und dann auf einmal... ...ist der Text englisch. Oh shit, und es geht einfach so weiter. Also, heute ist der Tag. Es muss sein. Welcher Tag muss es denn sein? Dieser Junge ist der Hauptcharakter. Bitte gib ihm einen Namen. Scheiße, wir sind an einem Punkt angekommen, womit ich nicht gerechnet hab. Aix heißt der standardmäßig. Es sind auch immer diese 10 Zeichen. Das ist zu 100% einfach aus dem Japanischen genommen. Also, die können mit 10 Zeichen, mit 10 Schriftzeichen einfach so viel mehr machen. Und wir sind ein bisschen limitiert. Ähm, deswegen nennen wir ihn, passend dazu, dass wir limitiert sind, äh, Lemmy. Gut. Lemmy hat es. Also, wir schleichen uns in das Schloss. Selbst für dich ist das verrückt. Dankeschön. Dankeschön, sagt Lemmy. Lemmy nimmt jedes Limit. Das war kein Kompliment. Wenn deine Mutter es herausfindet, wird sie ausrasten. Dann müssen wir sicher gehen, dass sie es nie herausfinden. Okay. To do your thing. Nails. Oh shit. Er hat weißes TNT. Hilfe. Oh shit, er brennt. Sein Arsch brennt. Hilfe, Mr. Soldaten. Vorhin, Mr. Soldaten. Was geht ab, junger Mann? Deine Hosen brennen. Das Dorf. Das ist ein Feuer. Beihet euch. Ein Junge, der hat seinen Hosen brennen. Er muss die Wahrheit sagen. Das ist mein Dorf. Jeder ist nett. Das Essen ist lecker. Das ist friedvoll. Ich könnte nicht mehr erwarten. Außer, ich könnte nicht noch mehr fragen. Mir geht es eigentlich sehr gut. So was meint er. Außer, wir dürfen nicht aus dem Dorf raus. Das war schon so lange, bevor ich geboren bin. Das ist ein Versprechen, was wir mit den Menschen im Schloss gemacht haben, die uns beschützen. Und der einzige Weg aus dem Dorf ist durch das Schloss. Deswegen möchte ich dort rein. Wenn ich mit denen, die dort drin wohnen, reden kann, lassen sie mich vielleicht zu einem Abenteuer raus. Das war gestern. Und was ist heute? Was hast du dir gedacht? Was hast du dir gedacht? Versuchen. 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 Was? Zu versuchen. In das Schloss zu schleichen. Der Haar. Ich wollte gerade sagen. Die Haarfarbe annehme ich an. Was? Basierend auf der Haarfarbe nehme ich an. Diese Frau ist meine Mutter. Und ja. Es war die Mutter. Also nicht meine, sondern die von Limi. Ich musste es aus dem Kopf kriegen. Die Menschen im Schloss sind beschäftigt. Ich mache ihnen keinen Ärger. Tut mir leid. Was ist mit dem Mann? Der sieht komisch aus. Herr Limi, mach nichts Dummes und deine Mutter sauer. Okay. Gönn ihr mal eine Pause. Apropos Pause. Okay. Start und Minus funktionieren schon mal nicht. Oh, das ist nicht gut. Da erwartet man mehr von dem Spiel in 2019. als dass man so chemien kann. Hallo. Hallo Jimmy. Äh, Limi. Limi, du schweig dran. Hey, das ist Matok. Der sieht ein bisschen aus wie ich. Der ist bestimmt mein Rival. Das ist Matok. He's, äh, you know what? Er braucht kein... Er braucht keine Erklärung. Okay, er ist definitiv mein Rival. Und das ist Angard. Also du bist wirklich gekommen. Er ist Angard. Ein echter Soldat aus dem Schloss. Ich werde mit ihm trainieren, so dass ich auch ein Soldat vom Schloss... von Schloss werden kann. Okay, der Kampf beginnt. Und der 1. Ah ja, das Schwert wieder weggesteckt. Wir sind sicher. Doch nicht. Ich hab den First Punch. Ah, das Ding, was über meinem Kopf am Flattern ist, ist ein Izzet. Das übersetze ich einfach nicht. Izzet. Ein Izzet ist eine Idee, die ich im Kampf benutzen kann. Aber. Im jetzigen Moment ist es nur eine Möglichkeit. Ich kann es noch nicht benutzen. Um es im Kampf zu benutzen, muss ich der Sache sicher sein. Was? Also müssen wir bestätigen, dass das ist, was wir machen. Deswegen muss ich einen Knopf drücken. Gut, momentan habe ich nur ein Izzet. Deswegen. Tada. Jetzt hat meine Idee Substanz. Let's call it a desert. Okay, aus dem Izzet nur ein Desert zu machen, brauche ich ein Power. Das ist ein Limit, wie viel Power ich benutzen kann. Also muss ich aufpassen. Okay, Deserts miteinander kollidieren. Ab, Knopf. Geh mal davon aus, dadurch, dass er zwei Rüstung hat, kriegt er keinen Schaden. Ich aber auch nicht. Ist nur gebrochen. Okay, und dann hat er keine Lebenspunkte mehr, weil der alte Mann ist nur mit einem zum Kampf gekommen. Anfängerfehler. Okay, das reicht. Würde ich auch sagen, wenn ich gegen einen kleinen Jungen verloren habe. Das ist kein guter Sieges-Dschengel. Ein guter Sieges-Dschengel ist, ähm... Das fiel mir gerade nicht ein. Lemmy! Oh, das ist meine Mutter. Oh oh. Mom! Was machst du hier? Du kommst spät zur Arbeit. Oh oh. Jetzt schon? Irgendwann stimmt dir nicht. Lemmy. Geh. Ähm, geh und erledige, was du zu erledigen hast. Deine Call of Duty's. Wenn du zurück bist, sind meine Statistiken bereits scharf angestiegen. Ich werde meine Arbeit im Nur-Banden. Ihr wartet nur. Ich werde zurückkommen. Reisen wurde freigeschaltet. Entschuldigung. Mein Vater. Er ist weg. Er ist weggegangen. Er ist verschollen, als er noch ein Baby war. Ich weiß nicht den Grund, warum er zwar uns verlassen hat, aber er kam nie zurück. Er wollte nur kurz Zigaretten holen. Scheinbar sind wir uns sehr ähnlich. Er hat auch gesagt, er möchte die Welt sehen. Deswegen, es gibt es Gerüchte, dass er vielleicht wirklich dieses Dorf verlassen hat. Mein Vater war auch ein Minenarbeiter, richtig? Oh ja, das war er. Der Beste, den ich kannte. Er hat mir unzählige Male geholfen. Das ist ein alter Mann. Ich habe vergessen zu fragen, nämlich, aber das Kind, was versucht er zusammen mit dir ins Schloss zu schleichern. Ah ne, das Kind, das gestern versucht er zu schleichen. Ja, das war ich. Ich wusste es. Du bist war und war Colts Sohn. und Kohle sein Sohn. Nun, das hat ewig gedauert. Ich schätze, Training muss bis morgen warten. Oh, Shiny. Hat das gerade etwas geglitzert? Was ist das? Irgendein roter Stein? Roter Stein? Der nächste Tag. Und B. Das ist ein ganz schön hässliches Monster mit einer riesen Nase. Oh, was zum Teufel ist das? Ein Monster? Misstra Angard. Ich dachte, sie hätten gesagt, Monster existiert nicht. Unmöglich. Demi, renn! Er wird sich bekämpfen, oder ey, sei nicht dumm, renn! Ich muss es tun. Es ist meine Schuld, dass Angard jetzt nicht kämpfen kann. Der Karottentroll. Weil es so weiter eine Karottennase hat. Oh, er trommelt erstmal ein bisschen auf seiner Brust. Oh, shit. Der macht Big Damage mit Slasher und nicht ein bisschen heavy. Er sollte mit Fury angreifen. tut er aber nicht. Er wird mir alles brechen, was ich hab. Er wird mir alle Knochen brechen. Ja, aber ich bringe ihn wieder oben, alles ist gut. Das ist jetzt mein einer Guard, der weg ist. Und dann fällt mein anderer Guard jetzt weg. Und dann charge ich eben seinen letzten AP weg. Okay, okay, das ist nice. Das ist nice. Kipp dem Affen Zucker, sag ich immer. Finishing. Huff. Sein Arm sollte da nicht so über mehr fallen. Kampf gewonnen. You are Wiener. Auf einmal guck ich sehr ernst. Mich beschäftigt einiges. Das ist der König. Was? Du meinst, einmal es hat wirklich das Dorf angegriffen? Ja, so scheint es. Oh, meine Güte. Geht es dem Menschen gut? Ja, euer Hoheit. Ich habe Ansgar ins Dorf geschickt, soweit ich von über Monster gehört habe. Angard wird perfekt sein. Ähm, kümmere dich weiter darum, dass es unser Menschen gut geht. Natürlich. Ich werde nun ins Dorf, um zu sehen, wie es den Menschen geht. Ja, bitte tu das. Nichts für ihn gut. Die beiden Jungs, die nicht der König waren, sind sehr böse aus. Das Monster wirklich existieren. Ja, es war ganz schön gruselig, aber wir haben es irgendwie geschafft und haben gewonnen, nicht wahr? Sag das nicht, als wäre es einfach gewesen. Und wieso hast du überhaupt angefangen, dieses Monster zu bekämpfen? Das war gefährlich. Ich komme schon zurecht. Ich bin nicht sicher, wie es funktioniert, aber solange ich diesen Stein habe, bin ich sehr stark. die Steine, die du in den Kohle gefunden hast. Das klingt unrealistisch. Was ist, wenn du falsch liegst und verletzt wirst? Oh, da ist jemand. Later. Wenn Dimi es kann, dann kann ich es auch. Nix Großes. Ja, ja, es sieht so aus, als ob der Minister hier ist, um zu besuchen. Wow, wirklich? Der Minister? Ich werde es dir um uns zu glückwünschen, richtig? Ja, genau. Lass uns ihn suchen. Hier ist mein Plan. Wir benutzen die Curry-Kette wegen ihrem Geruch. Und damit tun wir den Typen wohin Dingsen. Weglocken. Miss Currys Shop. Hallo. Mr. Curry, sorry. Wir brauchen eine extra. Jeder, der Curry-Ketten mag, ist ein guter Mensch. Schau noch mal im Käseladen. Ich glaube, das hat sich erledigt. Ich habe doch meinen Plan. Oder ist da noch was anderes, was ich übersehen habe? Was, was ich nicht für meinen Plan brauche? Na gut, dann einen guten. Hoffentlich essen wir nicht die Förder auch noch. Er benutzt das geheime Rezept seiner Mutter, was mit einem Gewürz aus einem Heimatladen gemacht wurde. Mr. Curry, sind Sie aus einem anderen Land? Aber als ich jung war, ist mein Land in Krieg gegangen. Also mussten wir fliehen über Mittelmeer in Schlauchboot. Auf unserer Reise wir haben gefunden Chance. Wir jetzt leben hier. Alte Schloss. Äh, alte Land. Lang, lang weg. Da lag was am Boden. Ich glaube, das, was du meintest, war die Mausefalle, mit der man nicht interagieren kann. Aber ich gucke gern nochmal. Ich erinnere mich nicht mehr an Kindheit. War kleiner, Mr. Curry. Aber Mutter hat immer erzählt, wir wären nicht hier, wenn König von Schloss nicht gewesen. Ganz kurz, da oben steht an seinem Namen Curry. Ist sein Vorname Curry? Ist er Curry Curry? Mr. Curry? Okay, never mind. Darum ging's. Es war einfach eine andere Person. Ich hätte die beiden nie auseinander reichen können. Danke für die Curryketten. Keine Umstände. Bitte komm später zurück. Äh, ja. Dieses leckere Wasser Mund zu laufen lassende Aroma. Ah, du meinst das? Das ist eine Currykette. Und Junge ist sie gut. Junge Mann, Entschuldigung, aber, ähm, könnten wir die teilen? Nein, sogar ein bisschen würde mir schon reichen. Würde ich sogar bezahlen. Lass mich mal überlegen. Ne, lass mich durch. Ich geb dir die ganze. Ich kann nicht gegen meine, gegen meinen Auftrag handeln. Bitte, ich bitte dich. Tu nicht. Tu nicht. Vor allem tu nicht. Ähm, folter nicht einen hungrigen Soldaten. Bitte, würdest du hier wache stehen und Menschen daran hindern, hier durchzukommen? Ich werde nicht lange brauchen. Alles klar. Überlassen sie das mir. Ich schulde dir was, Junge Mann. Ach, oder? Was auch immer du tust, geh nicht den Weg entlang. Okay. Vollidio, oder? So, Jungs. Mr. Minister, er redet mit Angad. Das hat funktioniert, Lemmy. Angad, ist auch da. Und so habe ich es so getan, als wäre ich verletzt, damit das Monster seine Vorsicht vernachlässigt. sein Name. Und als es das getan hat, dann hat mein großartiger Schüler, Lemmy, den finalen Schlag getätigt. Getätigt? Ich sehe, sehr beeindruckend, Angad. Wirklich. also, wenn es dann umgeht, mich zurück ins Schloss zu lassen. Zuerst, Angad, hast du irgendwas in dem Kampf gegen das Monster gemerkt? Irgendwas gemerkt? Ah, da war etwas Merkwürdiges. Merkwürdig? Wie ist dein Monster überhaupt in das Dorf gelangt? Das ist doch merkwürdig, oder? Dieses Dorf hat keinen Eingang für ein Monster. Dieses Dorf hat keinen Eingang, um irgendwie ein Monster reinzulassen. Der einzige Weg, durch den es kommen hätte können, wäre das Schloss. Und die Schlosstore sind schwer bewacht. Ja, das ist eine Frage, die sich mir auch gestellt hat. Ähm, gute Beobachtung, Angad. Ha, ja, ich mache nur meine Arbeit. Also, Angad, Ihre nächste Mission. Sie müssen hierbleiben und herausfinden, wie die Monster das Dorf betreten haben. Haben Sie das verstanden? Was?